Herzlich willkommen zu einem neuen Tauchgang. Wir sind Katrin Fische und Peter Gasswein und bei uns sitzt heute Thomas Lucca. Schön, dass du da bist, Thomas. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ja, Thomas ist Künstler und er hat eine Arbeit gemacht, die heißt Levitation im neuen Berlin und man kann sie, wenn man schnell ist, noch sehen. Sie ist bis Mitte Mai 2024 noch zu sehen in der Parochalkirche im Rahmen einer Ausstellung, wo es um Auferstehung geht, im weitesten Sinne. Genau. Du kannst widersprechen, Thomas. Nein, es ist ganz genau so. Also es war ein Ausstellungsprojekt, das ursprünglich in der Nikolaikirche stattgefunden hat. Nikolaikirche, die älteste Kirche Berlins. Du hast uns beim Vorgespräch erzählt, dass jemand dich als den religiösesten Atheisten bezeichnet hat, den er kennt. Fühlst du dich wohl mit dieser Beschreibung? Ja, das ist extrem treffend. Das ist tatsächlich meine Frau gewesen, die das gesagt hat. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Louis Benoel, der gesagt hat, Gott sei Dank bin ich Atheist, dass das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt. Und wenn ich das so mal so kurz abreißen soll, ich war ein unglaublich religiöser Junge. Meine Eltern haben gedacht, ich würde Priester werden. Ich habe jeden Abend vor dem Schlafengehen brav gebetet, ohne groß angeleitet worden zu sein. Ich habe dann als Jugendlicher massiv gegen die Kirche, also ich komme aus der protestantischen Kirche, massiv dagegen rebelliert und wollte mit 14 austreten, habe es mit 17 gemacht und habe als eins meiner Abiturthemen, aber Religion gehabt und aber Atheismus und habe mich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und habe sehr, sehr lange gefunden, das naturwissenschaftliche materialistische Weltbild, das ist es. Es gibt in der Welt keinen Sinn, keinen Zweck, keine Bedeutung. Das wird nur von uns rein halluziniert. Und ich hatte auf der einen Seite diesen Ansatz, alles das, was nicht naturwissenschaftlich beschreibbar ist, ist irgendwie nur in unseren Köpfen. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass in so einem langen Leben sich alles ganz anders anfühlt und es gab immer beides. Und wenn man in sich reinhorcht, dann merkt man, das reicht irgendwie nicht und das ist es nicht ganz. Sodass tatsächlich mein ganzes Leben immer diese Frage war und diese Suche, aber eben auch die wirklich intensive Auseinandersetzung mit. Also es war nicht für mich damit getan, dass ich gesagt hätte, okay, ich bin jetzt Atheist und fertig. Eher so wie Leonard Cohen, der sich in seinem Leben immer intensiv auseinandergesetzt hat mit Gott und immer gesagt hat, Gott gibt es nicht und hat auf der anderen Seite ständig Lieder geschrieben, in denen er mit Gott im Dialog ist. Und das ist etwas, was ich für mich extrem gut nachvollziehen kann. Und ich habe früher, also für einen alten Atheisten habe ich sehr, sehr viele Stoßgebete in meinem Leben abgeschickt, wohin auch immer. Und ich glaube am Ende eben nicht, dass wir nur hier sind, um Koteletts wegzufressen. Ich glaube, dass wir mit unseren Steinzeitgehirnen nur sehr bedingt viel verstehen können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und unabhängig davon, welche Konzepte wir unserem Leben zugrunde legen, ob das jetzt religiös ist oder naturwissenschaftlich, glaube ich, ist ein bisschen Demut immer angebracht, zu sagen, am Ende weiß ich sehr wenig. Ich hatte noch eine Frage. Tut mir leid, ich gehe wieder ganz zurück. Du hast erzählt, du hattest ja keine Vorbilder, aber du hast jeden Abend gebetet. Hast du da irgendwie ein Büchlein gehabt oder wusstest du das so, wie das geht, beten? Das weiß man nicht unbedingt, wenn es einem keiner vormacht. Ja, als mein Vater 2008 gestorben ist und wir dann mit dem Pastor zu Hause saßen zum Thema, wie wird dann die Bestattung sein und wie wird auch dieser Gottesdienst sein, die Predigt, was wird er sagen? Und dann habe ich gesagt, ich möchte das ganz klar sagen. Wir sind keine religiöse Familie. Und dann hat der Pastor gesagt, also ich komme von so einem kleinen Dorf an der Nordsee, hat er gesagt, ich wüsste nicht, dass es hier eine religiöse Familie im Dorf gibt. Das war eine gute Antwort. Sehr schön, ja. Du hast ja dann die Position eines überzeugten Atheisten eingenommen, hast du gerade erzählt und gleichzeitig hast du aber gesagt, du warst nie ganz nur darauf gesessen. Du hast Stoßgebete in den Himmel gesandt oder wohin auch immer. Und diese Ambivalenz, wie man damit umgeht oder wie sich die beschreiben lässt, würde mich interessieren, wenn du dazu noch was erzählen möchtest. Ja, also ich glaube, es hat tatsächlich auch damit zu tun, wie es sich anfühlt, am Leben und in der Welt zu sein. Natürlich kann man sagen, wie Richard Dawkins gesagt hat, der große Atheist, wir sind sehr lange tot, dann leben wir eine kurze Zeit und dann sind wir wieder sehr lange tot. Auf der anderen Seite fühlt es sich, wenn man in sich hineinhorcht, fühlt es sich irgendwie an, wie das ist nicht alles. Und die Frage ist, was könnte das bedeuten? Das ist nicht alles. Wie gesagt, ich habe darauf gar keine Antwort, aber die die Auseinandersetzung damit, die habe ich mein Leben lang spannend gefunden. Und wenn du dich überhaupt mit Fragen unserer Existenz, jetzt gesellschaftlich, künstlerisch, wie auch immer auseinandersetzt, dass du da dran vorbeikommst. Ich meine, wir sind alle, auch wenn ich sage, ich komme aus keiner religiösen Familie, natürlich sind wir alle massiv durch die christliche Geschichte geprägt. Atheismus hin oder her. Ich habe in jungen Jahren das Alte und das Neue Testament gelesen und ich war relativ firm da drin. Also wenn ich sage, ich habe im Abitur Atheismus zum Thema gehabt, dann auf einer Basis sehr gut informiert zu sein. Das war mir schon wichtig und nicht einfach zu sagen, ja, lehne ich ab. Und wie gesagt, irgendwann bin ich dahin gekommen, dass ich gedacht habe, das hat aber auch was Kindisches, jetzt sich immer so aufzuregen über die Frage irgendwie. Ich meine, Wittgenstein hat gesagt, irgendwie die Aussage Gott existiert ist genauso absurd wie die Aussage, Gott existiert nicht. Das meine ich ein bisschen damit, wie wenig können wir eigentlich wissen. Und während ich früher dann eben so eine sehr stark ablehnende Haltung gehabt habe, das Schicksal ist ja auch da irgendwie gnadenlos. Ich meine, ich bin dann vor Jahren gefragt worden, ob ich ein großes Relief für die Marienkirche in Zehlendorf in Berlin machen wollte. Und der emeritierte Bischof dort hat mich nie nach meiner Religion gefragt. Aber wir haben uns sofort so inhaltlich gut verstanden. Und ich habe dieses Relief dann, ich würde sagen, mit sehr viel Leidenschaft und Inbrunst und ohne Vorbehalte gemacht. Es gab für mich da gar keine Fragestellung dran, ob ich jetzt als eigentlich irgendwie atheistischer Künstler, ob ich für diese Kirche ein Kunstwerk machen könnte, von dem mir es auch wichtig war, dass die Gemeinde, nicht nur der Bischof, aber auch die Gemeinde damit leben kann, dass sie das Gefühl haben, das sehen sie jeden Tag, wenn sie in der Kirche sind. Und das hat etwas mit ihnen zu tun und das hat etwas auch Angemessenes. Könnte man dann sagen, dass die Begegnung mit so einem Menschen wie dem Bischof, aber auch die Begegnung mit der Arbeit, dich anders in Bewegung gesetzt haben oder umgedreht haben für diese Zeit vielleicht oder so. Ja, jedenfalls hast du gesagt, du hast richtig mit Inbrunst, also richtig als Herzensanliegen diese Arbeit machen können. Ja, es war eine Herzensangelegenheit, es war mit großer Leidenschaft, wobei der Begriff Leiden wirklich eine Rolle spielt. Das ging über, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahre vielleicht. Und es war eine unglaubliche Auseinandersetzung, zu diesem Relief zu kommen. Und ich war zwischendrin wirklich verzweifelt und habe gedacht, ich bin dem einfach nicht gewachsen, das wird nichts. Ja, und die Auseinandersetzung mit Bischof Schöne war tatsächlich etwas sehr Bedeutendes. Natürlich, es geht immer auch um das, dass du Leute triffst und in dieser Auseinandersetzung, und zwar eben inhaltlich, aber natürlich auch auf einer empathischen Ebene, wie ist das miteinander? Und ich fand das eben so spannend, dass er nie diese quasi Gretchenfrage gestellt hat. Ich glaube, das hat auch gar keine Rolle für ihn gespielt, weil er gesehen hat, was passierte. Vielleicht kannst du was von dieser Arbeit erzählen, also was dich da bewegt hat, was da zu sehen ist, was du rausgebracht hast. Ja, also Bischof Schöne hatte eine Ausstellung von mir gesehen und mochte meine Arbeiten gerne und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für seine Kirche was zu machen. Wir haben uns vor Ort getroffen und diese Kirche ist 1972 gebaut worden. Und er war damals als jüngerer Pfarrer, irgendwie maßgeblich beteiligt an der Gestaltung. Und da gab es eine Stelle, da sollten eigentlich so Arkadenbögen in dieser Kirche sein. Und dann war er aber zu einer Reise in Israel mit seiner Frau. Und als er zurückkam, hatte der bauleitende Architekt statt dieser Arkadenbögen da so einen aufsteigenden Betonpfeiler, Sichtbeton gemacht. Das fand er immer ganz schrecklich. Eigentlich ist die Kirche im Innenraum aus Ziegel, so ein bisschen im Format römischer Ziegel. Also diese sehr flachen, langen, ganz schön gestalteter Kirchenraum. Und dann gab es auch diesen Betonbalken. Und er fand immer, es wäre ein Schandfleck und hat über die Jahre immer wieder überlegt, was man machen könnte, mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Aber irgendwie kam es da zu keinem Ergebnis. Und dann haben wir uns da vor Ort getroffen und ich habe mir das angesehen und habe gesagt, also dieser eben sieben Meter lange, einen Meter hohe, nach rechts aufsteigende Betonbalken, gesagt, naja, da sehe ich irgendwie eine Prozession. Und Bischof Schön hat gesagt, genau, das sieht er auch. Und dann habe ich gesagt, am höchsten Punkt, da müsste eigentlich der Heiland stehen. Und das hat er ja so. Also wir hatten, weiß ich nicht, also wir haben uns wirklich sofort irrsinnig gut verstanden. Wir haben gemerkt, wir haben beide ein großes, wirklich ein Faible für die Romanik, was am Ende auch so ein bisschen in meine Arbeit eingeflossen ist, was sich eben auch in der Art, wie die Kirche gestaltet ist, irgendwie schon zeigte. Ja, und dann ist es aber diese Frage, wie, also Prozession, also Menschen, die in einer Reihe irgendwie würdevoll auf ein Ziel hingehen. Und an diesem höchsten Punkt steht Christus. Und dann ist aber die Frage, was machst du damit? Und was mich nicht so interessiert hat, war jetzt zu sagen, ich mache da ein jüngstes Gericht. Das wäre ja irgendwas, was man sich vorstellen könnte, auch so aus der mittelalterlichen Geschichte her. Oder ich sage mal Palmsonntag oder so. Das fand ich alles nicht so interessant, sondern ich habe das dann komplett offen gelassen. Und ich weiß, dass die Gemeinde sehr klare Vorstellungen von dem hat, was sie da sieht. Und das ist ja okay. Das ist wie, wenn die eigenen Kinder groß sind, dann müssen die sich auch selbst behaupten. Und ich kann für die nicht sprechen. Also spreche ich nicht für das, was mein Kunstwerk eigentlich bedeutet. Sondern es ist völlig okay, was Leute da drin sehen. Es sind die unterschiedlichsten Leute. Ob das jetzt alles Christenmenschen sind oder nicht, ist mir dabei vollkommen egal. Es sind Alte und Junge. Es sind Leute unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeiten. Und da gibt es auch ein paar Personen aus der Kirchengeschichte und aus der biblischen Geschichte. Das fand ich dann schon ganz schön, das mit einzubauen. Und es ist die Marienkirche. Es gibt eine Maria und am Endpunkt steht Christus. Und dann ist es für mich so, was jeder Einzelne damit macht und wie er das interpretiert und was er sieht. Und ich denke, da sind viele Dinge drin, die sehe sowieso nur ich und sonst keiner. Das finde ich vollkommen okay. Wissen die, wem die hinterherlaufen? Das weiß ich nicht. Und sie laufen auch gar nicht. Also es sind Leute, man sieht, aber manche stehen auch einfach. Also die sind irgendwie unterwegs. Am Ende steht Christus. Aber es ist gar nicht unbedingt ein Hinterherlaufen oder ein Folgen oder so, sondern es ist einfach ein Dasein. Da gab es dann die Frage, wenn nachher die Menschen so ein Relief sehen und sehen das, ob es nicht auch, um sich repräsentiert zu fühlen, ob es nicht etwas Schwereres geben müsste. Also Leute, die es nicht so leicht haben. Sodass ich dann so eine kleine Zweiergruppe aufgenommen habe noch von, ja, wo man sieht, die haben es nicht leicht. Die stützen sich gegenseitig. Die schleppen sich so ein bisschen durchs Leben. Und das mochte ich als Anreiz total gerne. Und ich habe natürlich auch Vorschläge gemacht, wenn es jetzt darum ging, aus der Kirchengeschichte zum Beispiel, welche Personen da irgendwie gezeigt werden können. Und mein Lieblingsheiliger, den wollte ich eigentlich gerne da drin haben, Thomas Beckett. Sicherlich ein bisschen auch, weil sein Todesdatum ist mein Geburtsdatum, der 29. Dezember. Also bei ihm war es 1170, dass er eben in Canterbury von den Schergen des Königs ermordet worden ist. Ich mochte den so gerne. Thomas Beckett war, so geht die Geschichte, war ein Kumpel des Königs, Heinrich II. Das waren eben die Normannen. Also das war eben kurz nach William the Conqueror. Also die Normannen, die dann in England herrschten. Und Thomas Beckett gehörte zur britisch ansässigen Bevölkerung eigentlich. Aber die waren Kumpels und die haben zusammen gesoffen und gehurt. Und der König, der Erzbischof von Canterbury war ihm immer ein Dorn im Auge. Und dann ist der gestorben und dann hat er gesagt, du Thomas Beckett wirst mein Erzbischof. Und Thomas Beckett hat gesagt, mach's nicht, lass mich, ich will das nicht. Und dann hat der König darauf bestanden und hat ihn zum Erzbischof gemacht. Und dann ist dieser wirklich irgendwie, ich sag mal, lasterhafte Typ, wo es nur um Frauen und Saufen ging, der hat dann gefunden, jetzt bin ich der Mann der Kirche und hat sich gegen den König gestellt, der natürlich gedacht hat, er hat das leichte Spiel. Und ich mochte das so gerne, dass der dann, es gibt dieses rühmte Theaterstück von Jean-Henri, Beckett unter die Ehre Gottes. Und es gibt aber auch diesen wunderschönen Film, wo Beckett von Richard Burton gespielt wird und Heinrich von Peter O'Toole. Und ich glaube ja, dass sich bei uns, wenn es so um Geschichtsverständnis geht, oft genau das festsetzt, was wir so in Filmen gesehen haben. Für mich ist Thomas Beckett mit Richard Burton verbunden. Und ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich, was mich selbst gewundert hat, als es um die Figur des Highlands ging, eine gewisse Scheu hatte. Auch dieser Anspruch, dem irgendwie gerecht zu werden. Und ich sehr gerungen habe darum, etwas hinzubekommen, das auf der einen Seite der Menschensohn ist und auf der anderen Seite aber auch zeigt, es ist auch etwas anderes, es ist darüber, es ist eben auch die göttliche Erscheinung. Und ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht. Aber das war etwas, was mich sehr, sehr umgetrieben hat. Da hätte ich noch eine Frage dazu, gerade zur Gestalt des Erlösers, wie immer man es nennen will. Ist er den anderen Menschen zugewandt? Also schaut er die an und sie laufen auf ihn zu? Oder geht er wie der Priester bei einer Prozession, der geht vor dir weg, du siehst seinen Rücken und du folgst ihm? Er ist schon zugewandt. Also das war mir schon, das war mir schon wichtig. Er ist zugewandt und ich sage mal, über diesen rund sieben Meter langen Weg, dieses Relief ist es so, dass die, natürlich die Menschen, die ihm am nächsten sind, da gibt es eben diesen direkten Kontakt. Während die weiter weg sind, sind eben, ja. Sind unterwegs, aber noch nicht so nah dran irgendwie. Ja, wenn ich das mache, also es gibt dann auch Engel und zwar richtige Engel mit Flügeln und es gibt auch Heiligenscheine. Also ich weiß noch, wie der Bischof mich angerufen hat und gesagt hat, er wollte mir wirklich überhaupt nicht reinreden, aber ob ich mir vorstellen könnte bei diesem Relief, ob es auch Gold gäbe. Und ich habe gesagt, ich habe das ganze Blatt Gold schon gekauft. Also es war jetzt nicht unfassbar viel, aber ich habe natürlich auch eine Freude daran gehabt, auch irgendwie Teile Blatt zu vergolden und das dann auch wirklich so da drin zu haben. Und ich finde auch, das geht ganz gut zusammen. Ganz kurz, wie viele Gestalten sind da unterwegs? Also wie viele sind auf dem Relief? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das? Wahrscheinlich gibt es sichtbare und unsichtbare, wenn ich das meine. Ja, aber die sichtbaren. Wie viele sieht man da? Ungefähr. 25, 30 oder so. Also richtig viele Leute, richtig große. Genau, es sind eine ganze Menge Leute dort zu sehen. Weil wir es gerade von dem Christus hatten, der vorne steht. Du hast schon einen anderen Christus machen müssen, nämlich im Kloster Segen, hast du erzählt. Ja. Oder machen, nicht müssen, dürfen sozusagen. Genau, dürfen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hatte ich das schon erzählt, dass ich ja auch als Restaurator arbeite. Jetzt haben wir es. Und das kam so ein bisschen in diesem Kontext, das Kloster Segen in der Schönhauser Allee in Berlin. Da gibt es im Innenhof, oder da gab es ein großes Relief mit dem segnenden Christus. Das war in Putzantragetechnik ausgeführt worden und vollständig verloren. Es gab noch Fotos davon und es gab zwei ganz kleine Fragmente von Faltenwürfen und das war's. Und im Zuge der, das steht unter Denkmalschutz, der denkmalgerechten Sanierung, dieses ganzen Bauwerks, des Klosters, des Kirchenbaus, gab es die Überlegung, dieses Relief zu rekonstruieren. Und da ich eben auch in diesem ganzen Bereich Denkmalpflege, Museen, Restaurierung tätig bin und aber eben von der Bildhauerei her komme, ja, habe ich das gemacht, habe dann eben mit zwei alten Fotos und diesen drei Fragmenten und so einem Hauch von Vorzeichnung auf dem Putz, den es da noch gab, habe dort dieses Relief komplett neu modelliert. Und so etwas überlebensgroß, ja, und das war auch tatsächlich für mich eine sehr spannende Erfahrung. Da ist es so gewesen, dass ich tatsächlich gleich gesagt habe, dass ich von Hause aus eigentlich kein Christenmensch bin. Und das kann nicht mehr den Nachnamen, Felix, siehst du, der zuständige Mann dort sagte, ach, naja, wir sind uns ja alle oft unsicher. Und wir hatten dann tatsächlich auch auf diesem Gerüst, also das ist ein bisschen irgendwie so, weiß ich nicht, in zehn Meter Höhe oder so, hatten wir wunderschöne Gespräche und Auseinandersetzungen darum, wie könnte die Figur des Christus sein, welchen Ausdruck kann der haben, weil auf diesen alten Fotos hat man ja bedingt viel gesehen. Ich habe natürlich mich bemüht, dem nahe zu kommen, was da mal gewesen ist, aber es gab einen gewissen Spielraum. Und diese Gespräche darüber, das war für mich wahnsinnig schön, das war eine wirklich tolle Erfahrung. Und auch zu sehen, wenn ich sage, naja, ich gehöre eigentlich nicht so richtig dazu, zu erfahren, das ist überhaupt kein Problem hier, sondern lass uns mal drüber reden, das war schön. Ja, das glaube ich, das ist sehr, wenn man als Antwort mit so einer Haltung unterwegs ist und dann auf sowas trifft, wo die sagen, ja, ja, also mach doch nichts. Also ich bin auch nicht jeden Tag sicher, wie wir und ehrlich geschaffen sind. Aber wir müssen schon noch wissen, welche Züge hat er denn jetzt bekommen? Sehr freundliche. Ich fand natürlich auch, ein segnender Christus muss auf jeden Fall freundlich sein, zugewandt sein. Also das Wort hatten wir gerade schon, zugewandt, ja. Und mehr muss man selber sehen, wahrscheinlich, ne? Ich finde es ja fast eine poetische oder eine theatralische Situation, habe ich mir sofort vorgestellt, ihr beiden in zehn Meter Höhe auf so einem Gerüst. Und es hört sich sofort an wie der ideale Ort, um über Gott und die Welt und so ein Relief zu sprechen. Ja, und tatsächlich ist das etwas, was sich natürlich auch anbietet. Über diese Arbeit kommst du natürlich auch an ganz viele Fragen und kommst sehr schnell sehr weit in diesen Diskussionen. Und wie viel sich dann nachher in der Kunst niederschlägt oder für Leute erkennbar ist, mag eine andere Frage sein. Aber ich glaube ja, dass alles das irgendwie auch einen Einfluss hat. Jetzt sind wir schon automatisch bei dem Material angekommen, mit dem du arbeitest. Ja. Als Junge wollte ich eigentlich Archäologe werden und dann wurde ich ein bisschen älter und dann wollte ich Künstler werden. Aber was so nah lag, war Malerei. Und dann habe ich aber nach dem Abitur gefunden, dass ich ja so ein bisschen so ein verkopfter Typ bin und dass es bestimmt nicht schlecht wäre, mal was mit meinen Händen zu machen. Und über eine Vermittlung von einem Freund bin ich nach Hannover gegangen und habe dort eine Ausbildung erstmal gemacht als Steinmetz und Steinbildhauer, also im Handwerk. Und ich komme aus einer Seefahrerfamilie, ich war vorher ein bisschen zur See gefahren, also ich war jetzt nicht ganz in der Schublade groß geworden. Das war zum Teil auch irgendwie harte Arbeit. Aber die ersten drei, vier Wochen wusste ich nicht, wie ich vor Muskelkater an Schlaf kommen sollte, als ich mit dieser Steinhauerei begonnen habe. Das war schon nicht ohne. Aber ich war sofort davon begeistert und das war 1981, als ich die Lehre begonnen habe. Und das hat diese Faszination für den Stein und die Auseinandersetzung, das hat bis heute gehalten. Und ich glaube, sich wirklich mit Materie auseinandersetzen zu müssen, also später im Studium, mein Professor hat gesagt, für jeden Schlag, den du tust, schlägt der Stein zurück. Also das ist schon auch, es ist nicht ohne. Und bis heute liebe ich das. Und wenn du das dein Leben lang machst, kriegt das irgendwann auch so was Meditatives. Also ich kann den ganzen Tag im Stein stehen, klar, es ist mal anstrengend, aber es ist wirklich so eine meditative Tätigkeit. Und als ich begonnen habe, irgendwie Kunst zu machen mit Stein, habe ich auch sehr früh begonnen, irgendwie da mit Farbe zu experimentieren. Und aber vielleicht vor 15 Jahren kam, also ich fand immer spannend, ob ich nicht Fotografie und Stein zusammenbringen könnte und habe mit verschiedenen Sachen experimentiert. Naja, vor 15 Jahren ungefähr kam diese Idee durch einen befreundeten Fotografen ins Spiel, dass man eigentlich jedes Material belichten kann. In der Dunkelkammer belichten kann, dass man, also wie man früher in analogen Zeiten ganz normal Fotos gemacht hat, eben Papier belichtet hat, dass man das auch mit anderen Materialien machen kann. Und da haben wir eine provisorische Dunkelkammer in meinem Atelier eingerichtet und haben es einfach mal mit einer Steinplatte probiert und das Ergebnis war sofort super. Und dann habe ich gesehen, es gibt unglaubliche Möglichkeiten. Dann habe ich probiert, wenn ich in die Plastizität gehe, wenn ich ein Relief mache, was passiert dann mit dem Foto und funktioniert das und welche Möglichkeiten habe ich. Und ich habe gesehen, diese beiden Elemente, also der dauerhafte Stein mit seinem Versprechen von, weiß ich nicht, Ewigkeit und der natürlich auch so eine Wichtigkeit irgendwie dann so mitbringt, wenn man jetzt so an Skulpturen denkt und auch das ganze Staatstragende daran. Und dann aber die Idee der Fotografie, das Momenthafte, das Flüchtige, auch das Dokumentarische, was dem Foto zugeschrieben wird, zu sagen, das ist so gewesen, was fotografiert wird, ob das so ist oder nicht. Und ich fand diese beiden Sachen zusammenzubringen hochgradig spannend und das mache ich seit 15 Jahren. Und das, was dabei rauskommt, hat etwas Kippeliges, würde ich sagen, weil es ist Skulptur und damit hat es eben dieses Feste, Dauerhafte. Und es hat aber auch dieses Zarte, Momenthafte der Fotografie, die manchmal nur wie so ein Hauch auf dem Stein liegt. Und du siehst diesen Augenblick, du siehst das Momenthafte und manchmal hast du ein Gefühl, als würde ein bisschen Bewegung noch da drinstecken. Und das ist, was ich sehr reizvoll finde. Ist es für dich ein Kontrast? Also Stein ist ja etwas, was ich in meiner leidenhaften Vorstellung nicht unbedingt mit Fotografie zusammenbringe. Und umgekehrt, ist es ein Kontrast für dich, der sich befruchtet? Oder du hast gesehen, da entsteht so etwas Kippeliges. Ja, ich muss sofort denken an irgendwie Ewigkeit und Vergänglichkeit. Also sozusagen Augenblick und Ewigkeit in einem. Genau. Und das ist im Prinzip genau das. Und wenn man sich vorstellt, Steinbildhauerei ist so unter diesen jetzt herkömmlichen, traditionellen, klassischen Künsten eine, die sehr lange braucht. Also wenn ich jemanden als Modell habe, wenn ich jemanden porträtieren möchte, dann bin ich, wenn ich ein guter Zeichner bin, mit dem Strich sehr schnell. Wenn ich ein guter Maler bin, das heißt gut, aber ich kann als Maler auch relativ schnell sein. Diese Steinarbeit dauert einfach lange. Also ich fange heute an und bin morgen nicht fertig. Von dem Moment, wo mir diese Person Modell gestanden hat, bin ich am Ende sehr weit entfernt. Und ich hole quasi, wenn ich dieses Foto nehme aus diesem Augenblick, hole ich diesen Moment zurück und habe genau das beides. Ein Grundthema in meiner Kunst ist Erinnerung, ist Erinnern und Vergessen, ist auch die Frage, wie speichert unser Gehirn Erinnerungen? Wie werden Erinnerungen modifiziert, überschrieben, wieder hervorgeholt oder gehen verloren? Und das, was ich eben gesagt habe, dieses, es ist so gewesen, es ist natürlich nie irgendwas irgendwie so gewesen und niemand kann es ganz genau sagen. Also Forensiker, irgendwie es hat einen Tathergang gegeben und es gibt fünf Zeugen und es gibt fünf Geschichten und selbst Fotos. Ja, oder selbst erzählen. Ja, alles das. Also es ist nie etwas so ganz gewesen. Das heißt, was ich thematisiere, sind gar nicht so sehr die Erinnerungen selbst, sondern es ist mehr der Prozess des Erinnerns. Das ist, was ich spannend finde. Die Steine, mit denen ich arbeite, sind in der Regel Kalksteine. Das sind Sedimente, die sind über einen sehr langen Zeitraum entstanden, war ein ehemaliger Meeresboden, sind aus den Produkten, in dem Fall meines Lieblingskalksteins, Tüsterkalksteins, aus den Überbleibsten von Röhrchenwürmern entstanden, vor weiß ich nicht 100, 150 Millionen Jahren und sind damit schon so ein bisschen was wie ein Archiv des Lebendigen, bringen also das schon mal so mit. Und als Sedimente, also es geht um Schichten und wenn ich mir vorstelle, dass auch das Erinnern und das Abspeichern von Erinnerungen ein bisschen wie in Schichten stattfindet und ich jetzt, wenn ich mit den Steinen arbeite, Schichten abtrage und dann aber in diesem Prozess, dass ich meine Steine in der Dunkelkammer nasschemisch belichte, so eine fotografische Ebene dazu bringe, also eine Schicht auftrage, dann gehe ich manchmal noch mit Farbe drauf, ich gehe manchmal mit Blattgold oder mit Gips oder irgendwas noch drauf, also Schichten, die sich dann zum Teil überlagern und die sich zum Teil auch gegenseitig unsichtbar machen. Es gibt dann so einen Charakter wie, man kennt den Begriff Palimpsest, also von beschriebenem Pergament, das wieder gereinigt wird und neu überschrieben, wo aber das Alte irgendwie noch so mit durchscheint und wo das so ein Zusammenspiel gibt und das ist etwas, was in meiner Kunst eine gewisse Rolle spielt oder immer wieder durchkommt, diese eben verschiedenen Schichten und auch Schichten von Erinnerungen. Ich kann damit total viel anfangen. Zum einen damit, dass was ist, nicht nur jetzt ist, sondern auf dem aufbaut, was war und dass es weitergeht oder dass es auch der Vergänglichkeit anheimgestellt wird oder zu einer Weiterverarbeitung wird, aber dass es sozusagen, ja, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft sich überlappen und gar nicht so klar ist. Ich würde sagen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sind kulturelle Konstrukte, sind eben auch nichts Festgeschriebenes und eben auch die Gegenwart ist etwas, was wir permanent konstruieren und zwar eben natürlich vor allen Dingen in unserem Bewusstsein konstruieren. Und es ist ja auch so, dass die Geschichte meistens von den Siegern erzählt wird. Ja. Also wie erzählen wir das, was war und wie betrachten wir das, was war und von welcher Seite nähern wir uns dem? Das war den Bogen, den ich zurückspannen wollte. Ich wollte gerne mit da anschließen und zwar haben wir jetzt ja über Erinnerungen, Vergangenheit, Bewahren und solche Themen gesprochen und ich bin im Allgäu aufgewachsen an den Bergen und wo ich gehört habe, dass du, bis du in die Schule kamst, auf dem Schiff deines Vaters mitgefahren bist, hat mich das immer beschäftigt und vor allem wollte ich dich gern noch fragen, wie hat dich das denn beeinflusst? Ich stelle mir an, du bist übers Deck gesprungen und nachts die Sterne, halt die ganzen Klischees, die die Landraten so haben. Was ist das für dich und für deine Offenheit vielleicht oder für keine Ahnung, wie du den Einfluss, ob du da was wahrgenommen hast von deiner Kindheit auf dem Schiff? Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr prägend gewesen. Mein Vater war ohnehin irgendwie eine sehr besondere, starke, prägende Persönlichkeit. Aber dieses Leben auf dem Schiff, das Unterwegssein, war sicherlich besonders. Sonst habe ich eben in einem kleinen Dorf in Norddeutschland gelebt, da war das Leben eben sehr beschaulich und ganz anders. Das eine war, mein Vater war tatsächlich Geflüchteter aus der Tschechislowakei, also der ist mit 14 dort vertrieben worden, ist bis nach Hamburg und ist dann sein ganzes Leben lang zur See gefahren und ist dort oben im Norden auch nie so ganz richtig heimisch geworden. Und hatte irgendwann ein eigenes kleines Schiff, so ein Kümo, sagt man, Küstenmotorschiff, sehr alt gekauft. Und die Besatzung, die Seeleute, und das war eben auch typisch für ihn, das waren in der Regel Spanier und Portugiesen und nicht im Sinne von Leute, die man schlechter bezahlen kann, das war überhaupt nicht der Fall. Ich weiß, der hat die alle mal gut bezahlt, aber die waren ihm so von der Mentalität sehr nahe. Und ich entsinne mich, wir hatten einen Matrosen, Jesus, der war für mich ein bisschen wie ein zweiter Vater. Ich habe bei dem mit irgendwie in der Koje gepennt. Und an Bord wurde immer so ein Alltagsesperanto quasi gesprochen, so eine Mischung aus allen Sprachen, mit denen die Leute klargekommen sind. Und mein Vater war aber so ein Typ, im Gegensatz zu vielen Schippern da oben aus dem Norden, die alle Plattdeutsch und sonst nicht viel gesprochen haben, hat der eigentlich von jedem Land, in das er gefahren ist, immer so viel an Sprache gelernt, dass er sich mit den Leuten unterhalten konnte. Und er hat Freundschaften geschlossen. Wir hatten enge Freundschaften zu Leuten, in Frankreich zum Beispiel. Und für mich ist das sehr, sehr prägend gewesen. Ich schlage nochmal den Bogen zurück zu dem, was wir vorhin hatten. Also wir hatten Materialstein, wir hatten die Fotografie, wir hatten die verschiedenen Schichten, die verschiedenen Zeiten, wir hatten teilweise das Gold drüber. Und jetzt komme ich nochmal zu dem allerersten Bild, mit dem wir angefangen haben, mit der Arbeit Levitation im Neuen Berlin. Also mit der Arbeit zur Auferstehung. Ja. Also tatsächlich haben einige meiner Freunde natürlich schon gefrotzelt und haben gesagt, irgendwie, du wärst so ein richtiger Kirchenkünstler noch. Wie gesagt, ich habe da gar keine Berührungsängste. Ich fand das eine tolle Herausforderung. Und ich finde es auch extrem spannend. So ein klassisches Thema ist Kreuzigung in der Kunst. Und Auferstehung, also in heutiger Zeit oder in den, ich sage mal, im 20. Jahrhundert, wenn es das gegeben hat. Und ich fand aber, sich mit der Auferstehung auseinanderzusetzen, hochgradig spannend. Das ist die ganz große Erzählung, auch wieder im christlichen Abendland. Irgendwie gibt es gar kein Vertun. Und ich fand es natürlich spannend zu sagen, es gibt eine Leerstelle in dieser Kapelle. Es gab eine Auferstehung. Also davon gibt es eine schwarz-weiße Aufnahme noch. Und ich bin ja nun, also ich komme eben von der Skulptur, ich bin figürlicher Bildhauer. Und die Frage, was kann ich an der Stelle machen? Die meisten Künstlerinnen und Künstler, ich hatte also die letzte, die zwölfte dieser zwölf Variationen gemacht. Und die meisten haben auf Karton gearbeitet. Das ist nun gar nicht mein Material. Jetzt hat es nicht mehr als eine Aufwandsentschädigung gegeben, sodass das in Stein zu machen, wäre jetzt dann doch irgendwie ein Riesending gewesen. Und ich habe mich gefragt, was kann ich für ein Material nehmen? Und ich wollte schon auch mit der Belichtung arbeiten und habe mich dann für Kork entschieden, weil das so von der Farbigkeit und von der Materialität, von der Haptik irgendwie dem ein bisschen nahe kommt. Das hat was wie bei so einer Wandarbeit, das könnte Putz sein, aber es hat auch was von dem Stein. Und habe das als Material für mich gewählt, habe also den Kork in der Dunkelkammer. Und das ist auch ein Material mit Geschichte, wenn ich mal unterbrechen darf. Bitte? Und das ist auch ein Material, was lebt. Und Geschichte ähnlich wie der Stein, wenn ich mal unterbrechen darf. Genau, bringt auch sowas schon mit. Und habe das dann eben, das war vom Prozess irgendwie nicht ganz ohne solche riesigen Korkbahnen irgendwie. Nasschemisch heißt ja wirklich nass, also man bringt viel Wasser ins Spiel. Und dieser Kork verzieht sich natürlich ohnehin. Ich war auch da zwischendrin sehr verzweifelt, das alles so hinzukriegen. Am Ende ging es ganz gut aus. Und das muss man vielleicht auch sagen. Der klassische Fotograf, also der analoge Fotograf, der macht in der Dunkelkammer immer eine ganze Serie und überlegt, wie lange belichte ich, wie weit mache ich die Blende auf? Und sagt dann am Ende, okay, ich habe jetzt diese eine Version und die habe ich gemeint. Aber beim Stein ist es so, dass wenn ich in die Dunkelkammer gehe, dann habe ich meistens schon sehr lange an diesem Stein gearbeitet. Ich habe eine Figur daraus gemacht, einen Kopf, einen Relief, was auch immer. Und dann gehe ich in die Dunkelkammer und habe ich genau einen Schuss. Dann muss ich mir überlegen, wie lange belichte ich diesen Stein und dann wird es, wie es wird. Und ab und zu wird es nichts. Manchmal bleibt nur ein Hauch übrig oder ich habe es auch schon gehabt. Es sah ganz gut aus und am nächsten Tag war es weg. Und manchmal wird es schwarz und damit ist dann die ganze Arbeit aus Wochen und Monaten hin. Das ist etwas, was ein Teil meines künstlerischen Lebens ist. Es ist Teil jedes Lebens. Ja, exakt. Nur einschlussfrei. Und der Punkt ist aber, dass ich die Steinbildhauerei ja mal wirklich gelernt habe und dann auch studiert habe. Und da glaube ich relativ firm bin und ungefähr weiß, wie ich irgendwo hinkomme, wie ich was umsetzen kann. Und durch diesen Prozess in der Dunkelkammer kommt ein Aspekt ins Spiel, den ich nicht im Griff habe. Und ich mag das ganz gerne. Da kommt etwas ins Spiel, dem ich mich einfach aussetzen muss und dann auch damit leben muss, was ich kriege. Und damit vielleicht weiterarbeiten oder das Werk dann im Einzelfall aufgeben muss. Und da komme ich zurück zu diesen Stoßgebieten, die ich dann immer so in der Dunkelkammer ist das wirklich regelmäßig so. Da wollte ich noch jetzt dazu fragen, wie hast du denn das denn angegangen? Wie schaut denn da der Jesus oder der Auferstandene? Schwebt der in der Luft oder segnet der oder keine Ahnung? Genau. Da muss man ja, hat man viele Möglichkeiten, wie man ihn zeigen könnte. Also in dieser Frage, wie gehe ich mit der Auferstehung um, habe ich also damit begonnen, mich nochmal mit dem Thema Auferstehung in der Kunstgeschichte auseinanderzusetzen. Was haben denn die Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen zwei Jahrtausenden so gemacht? Und einer meiner Lieblingsmaler ist El Greco, immer gewesen. So und dann bin ich zu der berühmten Auferstehungsszene von El Greco gekommen und habe gefunden, ja damit könnte ich was machen. Da hatte ich früher schon mal so ein paar Paraphrasen zu gemacht. Bei El Greco ist es aber so, es gibt eine Holzfigur bemalt, die El Greco zugeschrieben wird, die genau aussieht wie der Auferstandene Christus in diesem berühmten Gemälde und wie auch immer das im Zusammenhang steht. Und tatsächlich habe ich eine Fotografie dieser Figur genommen und habe aber aus dem Gemälde andere Elemente genommen, also das Grabtuch und die Siegesfahne und damit begann es eigentlich. Dann habe ich gefunden, das nehme ich mal so als Basis, der auferstehende Christus, der also dem Grab entstiegen ist. Und bei El Greco sieht man im Vordergrund die römischen Soldaten oder explizit einen, der so rückwärts umfällt angesichts dieses Wunders. Und man sieht eben das, glaube ja, man sieht auch da das offene Grab. Und dann habe ich aber etwas gemacht, was in der Geschichte der Kunst, der Malerei ja auch ganz üblich ist. Ich habe diese 2000 Jahre alte Geschichte eigentlich in unsere Jetztzeit übertragen und an unseren Ort, also nach Berlin und habe ein paar andere Erzählebenen ins Spiel gebracht. Also der römische Soldat bei El Greco ist bei mir, klar, ist ein russischer Soldat, der irgendwie für den Überfall und die Okkupation der Ukraine steht. Ich meine, damals Israel war okkupiert von den Römern. Ich weiß gar nicht, ob ich das fragen darf. Ich probiere es einfach mal. Also du hast es jetzt vorsichtig Levitation genannt. Also sozusagen ein Abschweben vom Boden ist Levitation und nicht Auferstehung. Aber wenn ich das fragen kann, was bedeutet Auferstehung für dich? Ja, da kommen wir tatsächlich vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu dem Anfang. Ich denke mal, als irgendwie so evolutionär gesehen der Mensch Mensch geworden ist und sich seiner selbst und der Existenz seiner Liebsten bewusst wurde und damit auch der eigenen Sterblichkeit und der seiner Liebsten, ist das möglicherweise ja irgendwie die tiefste Kränkung, die man sich für das Ego vorstellen kann. Wir sind in der Welt und mit all ihrer Facettenhaftigkeit und mit allen Möglichkeiten und dann sollen wir plötzlich nicht mehr in der Welt sein. Das ist ja eigentlich nicht vorstellbar. Und ich glaube, dass sehr früh diese Jenseitsvorstellung ins Spiel gekommen ist. Und man hat ja früher gedacht, Neandertaler hat es nicht gemacht, aber auch Neandertaler hat schon die Toten bestattet und hat Dinge gemacht. Mit Grabbeigaben kann ich gar nicht sagen, aber mit Pigmenten und so. Also es war nicht einfach so, okay, existiert nicht mehr, ist vorbei. Also diese Vorstellung von, das bedeutet irgendwie noch was, ist, glaube ich, sehr alt und ist für uns alle da. Und wir wissen, dass es in der Antike schon sehr früh in vielen Religionen Auferstehungserzählungen, Wiedergeburtserzählungen gegeben hat. Ich glaube, dass das etwas fast Konstitutives für uns Menschen ist. Und diese Idee der Auferstehung im Christentum ist natürlich hochgradig faszinierend mit dem Versprechen, Christus ist auferstanden und alle anderen Menschen werden auch auferstehen. Ich für mich komme auch dahin wieder zurück zu sagen, ich weiß wie wenig ich weiß und ich weiß, dass vieles von dem, was wir glauben wollen, mit dem Wunsch nach irgendwas zu tun hat. Jeder möchte sich gerne im Jenseits vermuten. Keiner möchte nicht mehr existieren. Also ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben immer eher sowas wie eine gespannte Erwartung. Also nicht, dass ich irgendwie darauf warte, irgendwie zu sterben, aber zu sagen, was wird das eigentlich sein? Das finde ich hochgradig spannend. Ja, lieber Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon drauf, es zu hören. Es war mir eine große Freude, hier bei euch zu sein. Ich sage auch ganz herzlichen Dank. No more to say. Dankeschön. D腿 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020